So meine Freunde, B-Monster am Start für euch und wir haben DPL Spieltag Nummer 9. Diese Woche gegen Vincent. Es sind noch insgesamt drei Matches zu machen, vierte hin und runter. Und ich bin ganz leicht aufgeregt. Ich habe mich jetzt für den Kampf nicht so extrem vorbereitet und ich weiß gar nicht, dass Vincent ein sehr, sehr guter Spieler ist. Ich habe mir einmal Mutli gekauft letzte Woche und Vincent hat sich ein Gengar gekauft. Wir werden sehen, ob wir es sehen. Und er hat dabei. Okay, habe ich eigentlich relativ viel erwartet. Er hat dabei Stahlobor, er hat dabei sein, 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 na. Sein Tangolos, sein Wishu, sein Sunpex, Gengar und, ähm, Shanera. Und wir liegen mit Turbuts und gucken einfach dann, wie sich das entwickelt. Und ich muss echt gucken, dass wir hier was Gescheites auf die Beine stellen können. Ich habe mir jetzt schon ein HFG gewünscht. Oh, und mir steht gerade das Herz bis zum Hals. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Ich hoffe, es wird ein faires Match. Ich habe mein Team relativ schnell abgestimmt. Und ich hoffe, es klappt. Hättet. Sündig. Das heißt, wir haben schon mal einen ganz guten Start hier. Wir können erst mal mit Verhöhner das Ganze aufhalten, dass er Tornsteine legen will. Weil das ist nämlich seine Form, dass er mit Tornsteine legen will. Um meinen Traugeboren zu stoppen, ähm, die Multischuppe zu brechen. Und mich am Sweeten zu hindern. Und ich hoffe echt, das klappt jetzt gut. Ich hoffe echt, das klappt gut. Und er ruft zurück. So, es hat eine Bebrückung. Okay, 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 okay. Ich hoffe, es geht gut. Es ist gar nicht getestet. Ich würde schon sagen. Es ist gar nicht getestet. Ich würde es aber jetzt auch nicht riskieren. Nein, 2 Boots zu wassten sind los. Ich knall hier mal mit Joko rein. Eisenschädel geht durch. Schade. Eisenschädel geht durch wie Butter. Hm. Hm, hm, hm. Schon mal schlecht. Schon mal schlecht. Wir gehen jetzt wieder auf Psychic. Und es ist schnauer als der. Und es ist zurückgeschreckt. Schön. Ich würde sagen, das Ding ist so gut wie gegessen. Wir können nur noch versuchen, das mit Hydra und den Schaden so gering wie möglich zu halten. Hm, hm. Hm, hm. Und ich gehe natürlich auf meinen Yanmiga, weil ich garantiert das Artbeben verdickte. Ich hoffe, es kommt kein Stein heute. Jetzt kommen die Tornsteine. Ah, verdammt 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 verdammt. Was für heute? Ja. Was für heute? Und? Ja. Was für heute? Was für heute? Obwohl noch die Tornsteine? Bad. Ich kann mich zur Arbeit. Also ich muss jetzt euch echt sagen, ich tue mir hier keine allzu großen Chancen ausrechnen. Oh komm bitte, bring mir Stahlhut hier rein, bring mir Stahlhut. Das überliebt man, das kann man locker weg tanken. So, es wird wenigstens kein 6-0. Es wird wenigstens kein 6-0. Hm, auf all Fälle mit Abweben gehen. Gut, er macht den Step. Und geht auf. Dann schaust du jetzt einfach mit dem Wurf. Scheiß drauf. Scheiße. Crids. Besser. Und... So, jetzt kommen wir mit Draco Rand rein. Willkommen in den Freetourm. Also, ich musste eine Kälte rein. Und wenn wir mit Draco rufen haben, dass das nicht so groß ist, so wie wenn wir uns das, dann doch mal so groß ist, wenn wir schon mal auf einmal kommen. Wie ist das? Er ist ja schon mal zuhause mit dem drastisch. Ich versuche einzuschlepen. Ich muss einfach auf Racklau gehen. Boine Händler. Das sieht schlecht aus, Leute. Das sieht echt schlecht aus. Aber ich habe mir vorher auch keine großen Hoffnung gemacht, dass ich hier gewinne. Und dafür habe ich mich einfach viel zu wenig darauf vorbereitet. Und spiele auch nicht wirklich mega gut. Ja, das Ding ist gegessen. Das Ding ist gegessen. Jetzt kommt... Ja... Ja... Ja, 5 Minuten. Brauche ich ja gar nicht zu problemen, noch irgendwas rauszureißen. Denn jetzt kommt der Geowurf auf Trauroran und es tötet. Ich weiß, was ich machen kann, ist nochmal Hilfe rein schicken. Schade. Schade, schade, schade. Das letzte wurde es eigentlich ganz gut bei den 5 Minuten Musik. Aber da müssen wir z.B. diese Woche in den 5 Minuten Lager reinkneiden. Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Sagt mal so, HellTourboots wäre das vielleicht nicht so geschreit. Hätte ich vielleicht sein Stahlobbo sogar noch kaputt machen können, aber was soll's, ganz ehrlich, was soll's, was soll's, dafür holen wir uns dann wahrscheinlich letztens der Siege noch, also drauf geschissen, ne, das ist wenigstens da nicht so erpackt scheiße, war irgendwie hier, ähm, Chansey. Na, wir können das Weiche einkommen. Ja, das war's und klar. Weil da hab ich mein Mithran extra, ähm, statt dem Toxin, die, die Erdkräfte gegeben, weil ich halt gedacht hab, er kommt mit seinem Mega-Hundemon, hätte halt wirklich einen Switch in den Mega-Hundemon, also einen Switch-In von Mega-Hundemon Locko mit, mit, äh, mit Erdkräfte, ähm, ja, bestrafen können, aber, ganz ehrlich, man muss auch mal drauf scheißen können zu gehen, das ist echt so, man muss auch mal drauf scheißen können. Ja, das ist echt so, man muss auch mal drauf scheißen können. So, natürlich darf er das nicht verlieren, er muss zu 5 gewinnen, er muss zu 5 gewinnen. So, da haben wir das Ohr und uns gebraucht, den Krampf. So, da haben wir das Ohr und uns gebraucht, den Krampf. Das war's von der DPL, bitte geht zu Winzer, lasst den GG von mir da und, ja, bis nächste Woche, mehr sage ich dazu einfach nicht, bis nächste Woche. So, alles Dank, ciao.